Ihr wolltet doch auch immer zwischen den Dinosauriern hocken und sie quasi anfassen. Oder auf einer Safari sein, wo wilde Tiere um euch herumlaufen und ihr den Tiger beobachten könnt. Ihr wolltet eventuell mit Schneewittchen und den sieben Zwergen auf Schlacht zu gehen gegen die böse Königin. Was früher nur mit der bloßen Vorstellungskraft funktioniert hat, mit Spielfiguren, mit Rollenspiel, ist heute nur eine Brille weit entfernt. Hey Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Sozialverzogung. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von neuen Lernmethoden und neuen Lernwerkzeugen. Diese sogenannte virtuelle Realität bzw. erweiterte Realität führt dazu, dass wir erlebtes Lernen neu definieren müssen. Aber bevor wir jetzt so schnell nach vorne preschen in diesem Thema, sollten wir klären, was immersives Lernen bedeutet. Hierbei geht es um einen Lernansatz, der sich über VR, also Virtual Reality, virtuelle Realität, und AR, Augmented Reality bzw. erweiterte Realität definiert. Bei der Nutzung von VR und AR befinden sich die Lernenden in einer digital interaktiven Lernwelt. Und dabei gibt es auch kleine Unterschiede. Denn während VR, also die virtuelle Realität, den Lernenden an den Lernort bringt, macht AR, also die Augmented Reality, die erweiterte Realität, genau das Umgekehrte. Sie bringt quasi den Lernort zum Lernenden. Äh, was? Stellt euch vor, eure Kita-Gruppe und ihr beschäftigt euch gerade mit der Meereswelt. Und wie immer bereitet ihr das Projekt ganz traditionell vor. Bücher, Spielzeug, ähm, ja, und den Ausflug ins Aquarium. Den sollte man vielleicht auch mittlerweile hinterfragen, oder? Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie wäre es, wenn ihr einfach in den Ozeanen eintauchen könntet, oder aber den Ozeanen direkt in den Gruppenraum holt? Oder anderes Beispiel. Ihr befindet euch gerade im Geschichtsunterricht. Irgendwo zwischen 100 und 200 vor Christus. Im alten Athen. Ausgetrocknet zwischen Krieg, Intrigen und politischen Scharmützeln habt ihr total den Faden verloren. Und selbst euer Lehrer hat Sehnsucht nach der Neuzeit. Wie wäre es also, wenn ihr das alte Athen besuchen könntet? Wenn ihr durch die engen, alten, dunklen Gassen laufen könntet? Und vielleicht sogar sehen würdet, welche politischen Entscheidungen getroffen werden? Oder aber ihr holt Cäsar direkt in den Klassenraum und er schwingt die Reden seiner Zeit vorne am Pult neben dem Lehrer. Kurze Nachfrage. War Cäsar jetzt eigentlich nun Herrscher von Griechenland? Hm, Kommentare los, ab! Ich denke, das macht deutlich, wie nützlich VR und AR sein kann. Es gibt schon einige Berufsgruppen, die sich genau dieser Technologie annehmen. Ingenieure zum Beispiel bauen Maschinen vorab in VR oder AR, um genau analysieren zu können, wie sich ein Aufbauprozess entwickelt. So kann schon präzise geschaut werden, wo es eventuell noch ein paar Details gibt, die zu klären sind. In der Medizin wird diese Technologie auch genutzt. Und zwar, damit sich Ärzte auf höchst komplizierte Operationen vorbereiten können und vorab die Komplikationen abschätzen können. Und der schulische Bereich nimmt sich dieser Technologie auch hin und wieder an. Da werden ganze Kunstwerke angeschaut, Museen, Galerien, sogar Städte können besucht werden. Und das alles aus dem Klassenzimmer heraus. Und auch das macht wiederum deutlich, dass diese Technologie zu einem Paradigmenwechsel auf zwei Ebenen führen wird. Jetzt kommt bestimmt wieder diese ewige Predigt vom neuen Lernen und wie toll und wie ergänzend das doch ist. Aber es ist nun mal so. Lernen wird neu definiert mit neuer Technologie. Das ist der Zahn der Zeit. Auf der einen Seite wird sich das Lernen selbst verändern und auf der anderen Seite wird sich das Lehren nochmal verändern. Der Lernende bekommt durch VR und AR noch mehr Möglichkeiten, selbstgesteuert zu lernen. Und somit geht das reaktive Lernen immer weiter in den Hintergrund. Wir haben lange genug damit verbracht, nur auf Kommando zu lernen, was wir lernen sollen, aber nicht, was wir lernen wollen. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt und sich auch für Lernen interessiert, der weiß, Lernlust braucht Impulse und zwar authentische Impulse. Diese realidentische Lernumwelt macht es möglich, dass die Lernenden praxisnah und explorativ lernen können. Die Lernenden verknüpfen mit den Erlebnissen in diesem digitalen Raum wiederum Emotionen. Und Emotionen führt dazu, dass die Lernenden nachhaltig und ganzheitlich lernen. So wie es Kinder schon zu Beginn ihres Lebens machen. Und mittlerweile ist auch die Wissenschaft überzeugt davon, digitale Inhalte zu nutzen, besonders eben auch VR und AR. Denn Lernerfolg ist ungleich größer zu traditionellen Lernmodellen. Und da kommen wir jetzt zum Lehrer. Dieser jahrzehntelange Gleichschritt, das Gleichschalten von Lernprozessen, muss einfach aufhören. Wir wissen nun, alle lernen unterschiedlich schnell. Alle lernen mit unterschiedlichen Lernmethoden. Natürlich gibt es Menschen, die brauchen das Frontale, die brauchen sozusagen die Häppchen, die hingeworfen werden. Die meisten lernen aber intrinsisch. Und die brauchen die Lernlust über Interessenfelder. Und nein, es geht hier nicht darum, nur noch alleine zu lernen und irgendwo in irgendeinem Raum zu sitzen und für sich zu sein. Überhaupt nicht. Gruppenlernen ist wichtig. Es ist sozialer Austausch. Und deswegen braucht es auch Lehrer. Aber nicht als Lehrende, sondern als Motivator und Lernbegleiter. Denn auf der anderen Seite ist es nämlich dann auch wiederum so, dass die Verantwortung des Lernens mehr dem Lernenden überlassen wird. Er oder sie ist dafür verantwortlich, selbstgesteuert und eigenfarfantwortlich zu lernen. Ich will das nicht. Ich finde das Schrott. Das soll doch nicht sein. Die Kinder müssen auch mal wieder ein Buch anfassen. Oder ein Baum. Oder Spielzeug. Die sind ja nur noch digital unterwegs. Mann, das kannst du doch nicht wollen. Ich lese schon die Kommentare im inneren Auge. Wir sollen keine Technologieopfer sein. Die Kinder brauchen echte Lernumwelten. Die Schülerinnen brauchen die sozialen Kontakte. Reale Lernernlebnisse sind das A und O. Ja, klar, schon. Aber trotzdem darf man nicht die Augen davor verschließen, dass VR und AR wunderbare Ergänzungen der Lernumwelt sind. Und ganz ehrlich, Technologie hat Bildung und Pädagogik schon immer mit beeinflusst. Irgendwann kam der Kassettenrekorder. Dann war es der Fernseher. Wir kennen es alle. Der große Fernsehschrank in der Schule. Dann der MP3-Player. Der Typ-Toy-Stift. Alles Technologien, die mehr und mehr als Bildungswerkzeuge genutzt wurden. Der Unterschied ist jedoch, dass die Technologie heute so universell nutzbar ist. Und das macht das so wertvoll. Die totale Abneigung macht keinen Sinn. Es gibt ständig Neuerungen, besonders im Bildungsumfeld. Und da gehört Technologie dazu. Genauso wie Veränderungen in der Pädagogik, in der Methodik, in der Didaktik. Überall, wo es Veränderungen gibt, gibt es auch Erneuerungen. Es ist stets Teil der Bildung, sich mit der modernen Welt auseinanderzusetzen. Und dazu gehört eben auch die digitale Technologie. Die Kinder und Jugendlichen von heute wollen nicht 20 oder 30 Jahre in der Vergangenheit aufwachsen, sondern im Hier und Jetzt. Was sagt ihr? Bloß haut rein. Seid ganz offen. Mögt ihr das? Mögt ihr das nicht? Habt ihr Angst davor? Ich finde es vollkommen okay, Angst davor zu haben, diese neuen Technologien auch einzusetzen. Weil vielleicht die Erfahrung fehlt, die Lust oder eben auch andere Ressourcen da sind, die genutzt werden sollen. Also, das muss auch nicht jeder machen. Alles okay. Lasst uns diskutieren, ganz sachlich und fachlich. Und dann freue ich mich, euch demnächst schon wiederzusehen. Ach ja, übrigens, mein letztes Video habe ich gemacht über eine Studie, die geschrieben wurde, wo Eltern nicht so gut bei weggekommen sind. Ach ja, und die Kinder sind mega unglücklich. Macht euch das mal nochmal so klar. Ja, super unglückliche Kinder. Ja, doch. Wir sehen uns beim nächsten Video und bleibt sozell verzogen. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.